Ganz groß Respekt! Du blöde Kuh! Das kann nicht angehen, ne? Einfach schießen! Jo Leute, am Start der Cube mit den Klatschkameraden von ZIH Share Connection. Unsere Serie geht weiter. Im Modus Locker. Und die Jungs sind so heiß, dass es wahnsinnig ist. Fett! 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 Danke, ich finde dich auch ganz attraktiv. Schleimigen Kröten hier. Ich merke schon, ich weiß, was das für eine Folge kommt. Ich weiß es einfach. Ist das Geisel? Ist das Geisel? Kann ich lesen. Nein, das bereichlich ist. Sehr gut. Ha! Habe ich richtig in Erinnerung. Deswegen genau das. Der klassische Fuse, der klassische Geisel-Killer. Geisel, nicht Geisen. Oliver oder was? Oliver Geisel, Jesus Christ. Wo sind sie denn? In der Küche? Ja, wenn ich das schon wüsste, ne? Ja, dann such! Mucka, nimm Pferd auf! Ja! Los, Mucki! Wuh! 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 Du hast eine Schnauze. Ich habe eine Nase. Oh, hier oben sieht es aus. Staffel drauf. Oh, hier ist einer. Ich habe einen Trepp draufgekommen. Abs! Oh, mich haben sie weggeschaut. Der Bio-Gefahrgut-Belter wurde lokalisiert. Mucka, bist du hängen geblieben am Zaun? Mit vollem Tempo hängen geblieben, unser Mucki. Ich wollte durch die Kitter stehen, wollte ich springen. Ja, mhm. Da ist der Zustandort des Bio-Gefahrgut-Belter. Was willst du denn, Alter? Du warst gar nicht auf meine Optik nicht. Ich gehe hier rein, er ist mir zu blöd da hinten. Klatschkontakt. Macht euren Scheiß alleine. Kommt ja lieber hier über das Dach. Hat auch keinen Sinn sonst. Kann ich überlegen, ob ich mich gar nicht. Ihr seht die Sprengfalle. Das für einen Raum, Alter. Ich habe jemanden getroffen und kriegt einfach null Punkte, okay. Das ist auch schön, wenn man angezeigt bekommt, dass man null Punkte kriegt. Vielleicht hat er auch was anderes getroffen. Warte mal. Halt. Ich will das nicht. Halt. Halt. Stopp. Ich schmeiße mal den Drohnemaster rein. Oh fuck. Scheißen, Kassel. Hinter dem Ding ist nichts. Ich schieß mich doch nicht ab. Ich lieg hier draußen. Nein, wo denn? Du Arme. Ach ja genau. Der ist draußen. Ja, er ist draußen. Nee, doch nicht. Doch, ist er. Doch, ist er. Oh. Oh. Nur der Typ mit der. Draußen. Der ist aus der Tür raus einfach. Oh, ich dreh du dich. Geisteskrankheit. Ja, der ist schlecht. Ja, die Klick. Das gucken wir mal an, was äh... Seh da natürlich gar nichts. Was was Cube macht. Oh. Der ist tot. Ja, ja, jetzt ist tot. Mäh. Mäh. Ich springe nach dem Ding. Mäh. Ich seh nur leider gar nicht, wenn ich vom dunklen Zelle gucke. Ja. Du guckst vom hellen ins dunkle Cube. Naja. Ich hoffe, da ist noch einer. Hast du gerade gesagt? In dem Mann im Raum. Nein, du hast gesagt, du guckst vom dunklen ins Helle. Ach so. Das ist nicht richtig. Du weißt, so was ich meinte. Alter, war... Ah, weil ich daneben an, was ich gehört hab. Ich hab gedacht, der Tür ist auf dem Tür lauten. Mann! Ich hab kein Teck. Ich bin Gisoo. Da, schön, die Schrotze gerannt. Volles Ballett immer. Wer lebt denn da? Mookie lebt noch. Da, Ego, die MC. Ego, die MC. Ego, die MC. Was ist das? Was ist das? Guck da in den Lauf. Ego, die MC. Was ist das? Hör das? Guck da in den Lauf. Ego, die MC. Ego, die MC. Hör das? Ego, die MC. da ist einer lang gelaufen rechts neben dir das interessiert ihn doch nicht ja anscheinend nicht das hat doch gelockt ja das kann ich ja wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr wo ist mein team also du hast auf dem arsch gesetzt bis mit der drohne rumgefahren während wir schon die welt gerettet haben er hat nasen alter erste fehler war zu sagen damit dein team ist entschuldigung dass du dich nicht dazu zählt in der ein mann einheit ich gehört zu deinem team und ich mache keine sorgen sehr schön sehr schön dass man die neue rolle schnauze uhr kühle ersten alle ich brauche es wir müssen entschützen und hier noch ein kleines stückchen sehr schön dörli endlich endlich kommt hier was dreimal abgeschnitten in der zeit wo du gewartet hast hast nichts gemacht immer noch zu kurz hier noch ein zent und da noch ein baby hingestellt ist das hier hinten safe weil dann will ich nämlich hier der dauergerät zehn sekunden noch noch fünf sekunden hier ist nicht safe wir haben den bio gefahrgut behälter lokalisiert beschützt den bio gefahrgut behälter jeden preis hat irgendeiner hinter mir die tür im blick bitte da kann ich mich nämlich als md stellen hier um ist die scheiße ecke wo ach da die der kiki kann ich mich dahin drehen gespottet auch schön mit md rei über uns sind sie glaube ich hätte sie sich ja die konservative Lupe mal wieder gut mit der pfeckern im kopf pro blublob ja wir müssen auch in der uns aufpassen da klingt nach Montage Faltu ist gesprengt hier ich sehe heute wirklich gar nichts wenn ich da hochgucke Alter von Wohmann hat er liegt da und schießt unten durch diesen scheiß Kabelkanal ja aber ich gucke jetzt auf die Luke weil der ist da immer noch nicht durch doch einer ist durch einheitlich gemacht und hinter die Mannen im Gang bis sie gehen jetzt geknallt ein ich habe ihn noch mitgenommen jetzt kommt noch in der Lücke habe ich weg da Twins Mann ich hätte ihn gehabt jetzt latscht er mir wieder vor das Schussfeld er ist gar nicht er soll einfach warten warum wartest du denn nicht er muss kommen er kommt er kommt er ist links neben mir laufe jetzt nicht los nein ist ja okay zieh mich ja schon zurück das meint aber da oben das ist unser hat er jetzt echt die Kamera zerschossen du bist schon wieder in meinem Schussfeld Q beruhig dich jetzt mal er muss reinkommen keiner von uns muss nach draußen Lauer 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 gewohntet für die Luke das ich habe sicher die Tür ab erinnert die Luke noch bestimmte Blick oder mehr erlernen wir beide aber mal es ist gemacht wenn es gibt du musst die Luke als ich als andere Säcke Da, da ist er Der hat mich nur davon abgehalten rauszugehen, weil er unbedingt den Kill haben wollte Er wollte ihn einfach So lange, Alter, du hast doch schon Blasen am Rücken, diese Ja, hör mal, da war schon Streifen in den Arsch gesessen Wund gelegen Aber das war es wert So, jetzt kann ich endlich über meinen Plopper spielen Plopper Plop, 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 plop Fröhliche Weihnacht Überall Gucken, ob sie einen Jäger bei haben Hoffentlich Hoffentlich Ui Mano und ich sind mittlerweile Mano und ich sind mittlerweile auf dem Standpunkt, dass wir das aussetzen bis es nicht mehr geht Wir sind gestern Abend zweimal nach vorne gestürmt und haben so kassiert Haben so kassiert Hier Mittlere Etage Hier Hier Achte, Achte Das ist jetzt einfach kein Jäger Einer fehlt noch Einer fehlt noch Einer ist ja noch Ey, ist kein Jäger No Jäger, Alter Super, ich habe mich hinten in der Ecke gebracht Na gut, okay Plopper, aber pass auf, da nicht wer rauskommt Tschüss Muggi Wo ist Muggi denn, da ist Twins Da hinten ist Muggi Ich gehe mit Muggi mit Muggi Das ist ja hier vorne, ist doch oder was Wollt ihr eigentlich runter Ja Wollt ihr hinten durch Das ist gleiche vorne in dem Raum Genau Hier wollte ich runter Hier Oh, und durchdacht, natürlich Ja, ne, hier ist Kind Nein, da ist keine Lüge Kannst du dir so mal bitte gucken? Und spotest die? Da ist Muggi Das ist gefolgt Ich wurde getötet Quatsch Nein, nein, meine Drohne, die sind da Ja, du kannst sehen, wenn du den da ranploppt Die können da ja nicht durchschießen Ja, wenn du den oben weiter anplopst Dann stehen da, glaube ich, zwei Leute Was heißt oben? Na, weil der über, die haben da nämlich so eine Barrikade gestellt So ein aufziehbares Schild Twinsco, komm da weg So, hau raus Pass auf Ich zünde erst die linke Twinsco Jawohl, sehr geil Warte mal, ich fahre nochmal rein Twinsco Ich hau den nächsten von der Seite rein hier So, das hat nichts mehr gebracht What? Oh, jetzt hat er mich Ich spotte die Oh, alles klar Also, da hängt einer Diesel, du kannst die Tür aufmachen Ja Mache ich jetzt auch In den Stirm rein Pass auf, Kafka Oh, ja Oh, ja Oh, Mann Was passiert? Oh, yeah Ich hab den da hinten mit dem Shotgun Dann hab ich weggeholt Was soll ich denn da sagen? Ich hab den ja nicht gesehen Ich wusste ja nicht, wo der ist Klassisch Also, geil Also, übel, ey Klassisch Auch geil, also übel Klassisch Oh, wir haben so Mute Doch nicht, okay Alles klar Nein Mute Mute ist gut Mute 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 Ja, was sagt ihr zu den Klatschkörberaden? Klatschen kräftig mit Gebiet verteidigen Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen Bio-Gefahrgut Und wir hier unten Das passt doch Da hat er wieder seine Position Position Aha Achso, ne, ich hab ja gar nicht Und nichts machen Sollen wir hier einer? Hier, meine Nicht die Ja, doch die auch Hat er ab die Westen schon Ja, ich hab meine Alles angelegt, was geht Schild wird ausgestellt Standort ist Bio-Gefahrgut-Behälter so und kann weiterhin absichern Keine Sorge mehr wegen der Granaten Türbarrikade angebracht! Ah, hier kann ich das im Gegner-Esschen stellen, ja super, ey Schönen Dankeschön Ja, das ist immer komisch Die sind oben durch den Haupteingang durch Ja, kommen die bestimmt von oben her Hier, da ist einer Da ist einer Seht ihr die? Oh, warte mal Da ist IQ Ja, oh, hier so ein komisches Fahnen Die Gegner haben den Gehler-Weck-Cube Die Gegner haben den Gehler-Weck-Cube Ein Stress Alles gut Ich stehe hier mit sterben, nur nicht heute Ich wurde entdeckt Von was? Na, hier kommt auch noch so eine Die läuft weiter, die läuft weiter Die eine, die IQ Hapsa Was? Hast du? Na, die, die eine Drohne, die uns hier die ganze Zeit markiert hat Ich meine die IQ Die alte Mucki, kannst du da mal eine Drohne rausschicken und guck, ob du mit spotten kannst Alter, wie kommt die da hinter mir? Wie kann die denn da hin, bitte? Unter der Treppe Scheiße In dem langen Gang, sozusagen, sagst du Die da hin gekommen Haha, ja, also Clever Scheiße Ich brauch nen Sani, ja Mucka liegt da und verblutet Hier sind's alle Mucka, wo ist die? Wo ist der, der dich abgeknallt hat? Keine Ahnung Ich bin noch Wo da? Ich blu, ich bin noch im Blut der Modus Voll hinten Mach 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 Wir haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern eingestellt Ich weiß nicht, ob der eine in der Nähe ist, der mir helfen kann Fahrgutbehälter sind verbrochen Die Feinde aushalten Und ich habe noch drei Viertel Energie, aber das seht ihr ja sicher Mucki, ich würde dir gerne helfen, ne? Aber er sagt ja auch nix Aber Ich seh ja nichts Äh Bei mir ist Bei mir ist einer vor Also vor der Tür quasi Da wo ich lieg Eine Haupttür Ne Könnt ihr mir noch helfen? Da ist noch einer Einer ist da noch Einer ist bei mir im Raum Wo? Einer ist bei mir im Raum Links Wo der ist? Links an der Tür Bei mir Bei mir an meiner Leiche ist er Mal geht es dir besser, Monami Wo? Wo der ist? Im Gegner Der hat mich getötet Hat mich getötet Der Mucker Mucker, wo warst du denn? Wo liegst du? In diesem Ollen Alter, bist blöd, oder? Das weiß keiner so genau Eieieiei Ist aber alles offen jetzt hierher, das haben sie schön bräuch Na und da denn rechts in dem Raum Rechts, Mucker, doch Da ist er Nein, 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 nein Wo warst du? Ja, selbe Stelle, wo ich den letzten abgeknallt hab Da bin ich doch Da drin ist er Genau da Genau da ist er Genau da ist er Ach da Na ja, haben wir es noch gewonnen Na ja, J sei Dank Pam, 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 pam Blöde Sau, Alter Knapp Kommt mal eingelegt, ne Da ist schon gewonnen Das war easy Das war easy Ach Gottchen Das war auch schön Ja Einmal in der Folge Professionelle Gegner haben ist zu viel verlangt Rucki zucki Die waren doch professionell Also die haben es geschafft mich viermal zu erledigen Na gut Die Klatschkameraden hören sich mal dieses Mal Juhu, klatschi, klatschi Klatschi und Daumen nach oben Jo Leute, am Start wieder Vielen Dank.